Musik Im Jänner wird die CD des argentinischen Komponisten Gustavo Santo Lalla aus dem Jahr 1996 in den USA luxuriös wieder veröffentlicht. Es ist nicht Weltmusik, nicht Minimum und auch nicht Klassik. Die Musik dieser CD ist fast ausschließlich mit den Ronocos, lautenähnlichen bolivianischen Charangos eingespielt. Instrumente sind, dass deren Klammkörper aus dem Panzer von Gürteltieren hergestellt wird. Wir hören hier, wie die Charangos in der Volksmusik Argentiniens verwendet werden. Zu dieser Musik wird der Tapateo getanzt. Hören Sie hier eine Aufnahme aus dem Jahr 1958. Musik 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 3, 3 3, 4 10 10 11 11 11 12 13 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 18 19 16